In der Schule haben mich die Mädchen aus meiner Klasse gefragt, ob ich mir nicht mal ein Herz ausdenken könnte. Und dann habe ich das mal ausprobiert und dann sind gleich zwei Herzchen rausgekommen. Jetzt braucht ihr ein halbes Quadrat, am besten rot und weiß. Und dann legt ihr die rote Seite nach unten. Und jetzt müssen wir zuerst Kante auf Kante falten und dann wieder aufmachen. Jetzt wird es ein bisschen schwierig, weil wir müssen jetzt das Papier dritteln. Das heißt, die Kante müssen wir ungefähr so weit darüber und die Kante müssen wir genau hier an dem Punkt darüber falten. Und wir müssen die Kanten hier genau übereinstimmen. Manchmal muss man das auch mehrmals probieren, weil es nicht gleich stimmt und sieht das so aus. Dann macht ihr den oberen Knick wieder auf und jetzt drehen wir das Ganze um. Und die Kante falten wir jetzt auf die Mittellinie. Gut, dann falten wir das jetzt in der Mitte zusammen. Jetzt haben wir ja eine weiße und eine rote Seite. Jetzt nehmen wir die weiße Seite und falten die an der Stelle ungefähr. So weit darüber. Dann machen wir den Knick wieder auf. Also wir stellen den dann so hoch und drücken den dann, also wir fahren hier hinten mit den Fingern rein, stellen den so auf und drücken den dann platt. Mit dem roten machen wir das genauso. Wir falten das hier darüber. Stellen es dann so auf und drücken es so platt. Kann sein, dass die dann ein bisschen unterschiedlich hoch da oben sind. Das ist aber nicht schlimm. Okay, jetzt nehmen wir ein so ein Teil und das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil man so faltet. Und zwar darf bloß hier oben ein Knick sein. Nur da. Und auf der Seite auch. Jetzt brauchen wir eine Schere. Wir drehen das jetzt nämlich um, so. Und schneiden dann hier bis zum Ende von diesen zwei Knicken. So, da rein. Und dann die zwei Ecken, die werden dann so gefaltet. Dann kann man es wieder umdrehen. Und jetzt hat es noch hier und hier so Ecken. Die werden einfach nach hinten gefaltet. Dann sieht man schon, dass es ein Herzchen wird. Und damit es hier oben noch runder wird, müssen wir die und die Ecke auch ein kleines Stückchen nach hinten falten. So, jetzt ist das eine Herzchen fertig. Jetzt nehmen wir das andere so nach vorne. Und genau das gleiche machen wir jetzt an dem auch. Wir nehmen das. Und dann wird da wieder so ein Knick, der nicht ganz durchgefaltet wird. So ein bloß an dieser einen Stelle. Auf diesen beiden Seiten. Dann sieht das so aus wie so ein Pfeil. Und bis an die Spitze von diesem Pfeil, schneiden wir wieder ein. Und dann das wieder so umfalten. Gut. Jetzt genau wie bei dem anderen, die Ecken so nach hinten umfalten. Und damit es wieder runder wird, auch die kleinen Ecken umfalten. Jetzt sind die Herzchen fertig. So. Die sind jetzt fertig. Aber man sieht ja jetzt noch hier. Die sind noch nicht so wirklich. Da sieht man noch da unten so einen Streifen. Dann faltet man die. Das so. Und das wieder nach vorne. Und dann merkt man, dass da hinten, das drückt man dann von hinten einfach platt. Und dann kann es sein, dass hier unten nur so eine Kante guckt. Die faltet man dann auch nach hinten. Fertig. Da ist wieder nach vorne. Vielen Dank.